So, zugefallene Wohnungstür, die öffnen wir jetzt mit der Flexerkarte. Dafür drücken wir mit der einen Hand gegen die Tür, damit der Spalt größer wird. Mit der anderen Hand stecken wir die Karte in den Türspalt. So sieht das dann ungefähr aus. Dann greifen wir mit beiden Händen die Karte und ziehen sie langsam nach unten. Dabei immer darauf achten, dass wir nicht am Dichtungsgummi hängen bleiben. Weiter nach unten ziehen. So, zwei Finger breit über dem Türgriff befindet sich die Türfalle. Hier angekommen, ziehen wir die Karte unten wieder ein wenig raus, ziehen sie weiter nach unten und können jetzt die Tür öffnen. Dafür greifen wir mit einer Hand den Türgriff und wackeln an der Tür und mit der anderen Hand drücken wir die Karte weiter in den Spalt. So, nochmal im Schnelldurchlauf. Gegen die Tür drücken, Karte in den Spalt stecken, mit zwei Händen greifen und runterziehen. Unten ein wenig rausziehen, weiter nach unten ziehen und öffnen. So, das war's schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und viel Erfolg beim Öffnen.